Der Deal heißt Rauschgift. Menschen und Geld spielen keine Rolle. Es geht ums Ganze. Habt ihr den Stoff? Die Mäuse? Halt's Maul! Südamerikanische Drogendealer und die US-Drogenbehörde führen einen gnadenlosen Kampf. De facto bleibt doch. Du stehst hier und mein Sohn ist im Knast. Ich will meine Tochter wieder haben. Ich bin nicht überrascht. Ich hörte, sie sollte hübsch sein. Es herrscht für dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist. Über das Schicksal so vieler Menschen bestimmen zu können. Ich steck die Mädchen in ihre Käfige! Los! Jetzt hör zu ihr Idioten. Wenn er meiner Tochter nur ein Haar krönt, schneide ich seinem Sohn die Kehle durch. Wenn du mir versprichst, mich hier rauszulassen, dann werde ich sehr nett zu dir sein. Sie ist entkommen, ne? Fire on Fire. Der Kampf ums Drogenmonopol. Ich habe Armeen geführt. Und jetzt verfolge ich deine Mädchen durch den Dschungel. Fire on Fire. Oliver Reed und Robert Vaughn. Todfeinde im Drogenkrieg. Der Kampf ums Drogenkrieg.